Hey Missy, you're so fine, you're so fine, you blow my mind. Hey Missy, hey Mi... Entschuldigung. Hallo. Darf ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen? Was? Ich muss es Ihnen ins Ohr sagen. Es ist irgendwie so wichtig, dass es sonst niemand hören darf. Schlecht, wenn Sie es nicht erfahren. Wenn es so wichtig ist, wieso sagen Sie es uns? Sehen Sie mich an, ich bin Banane. Kommen Sie, nur ein klitzekleines bisschen näher. Was meinen Sie, wie tief ist denn Doktor? Beeindrucken würde, wenn Sie all meine Geheimnisse kennen. Noch ein bisschen näher, stellen Sie sich mal nicht an. Bitte nicht so schüchtern. Sie riechen nicht halb so schlimm, wie Sie glauben. Hinter Ihnen sind zwei Bewaffnete. Ja, 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 ja. Haben Sie mir was zu sagen, dann tun Sie es. Ich werde Sie in einer Minute umbringen. Ich mache keine Witze. Sie werden jeden Augenblick ab jetzt so tot sein wie ein Fisch auf dem Hackbrett schlaff und etwas miefig. Nichts den Jungs verraten. Das ist eine Sache nur zwischen uns Mädchen. Wozu machen Sie sich die Mühe? Ich bin nicht mal wichtig. Oh, Dummerchen. Wieso lässt man Luftballons platzen? Weil sie hübsch sind. Genau wie du. Du solltest mehr Selbstvertrauen haben. Okay. Ich muss an die Arbeit. Na sicher, schön. Nur weiter so. Mach es erst fertig. Würde ein Countdown helfen, dass du dich besser konzentrieren kannst? Nein, ich glaube, es geht schon. Zehn. Keine Angst, ich bin noch im Zwei-Stil. Ich habe keine Angst. Neun. Oh, natürlich nicht. Du wirst sowieso sterben. Acht. Menschen werden sterben geboren. Eure Lebenserwartungen nach... Missy, seien Sie bitte still. Sieben. Ihr wisst schon, während ihr rausflutscht. Dass ihr vermordert, verfault und euer Gestank... Puh. Ich werde den Ort nie sauber kriegen. Drei. Drei? Ich beschleunige. Es erhöht die dramatische Wirkung. Oh. Was hast du denn da in deiner Tasche versteckt? Es ist nichts in meinem... Ach, du liebes Lottchen. Die Stellen sind die schlimmsten. Es sind nicht meine. Hm. Dann sind es wohl meine. Oh, danke. Etwas Nettes. Missy, der Master. Oder wie Sie sich nennen. Ich verspreche, ich bin lebend sehr viel nützlicher für Sie. Oh ja, das ist wahr. Auf jeden Fall wahr. Du hast ein gutes Argument vorgebracht. Ich bin stolz auf die Schwester. Aber habe ich es erwähnt? Banane! Danke, dass du so süß warst. Oh.